das einzige ich glaube die müssen das noch ein bisschen vorher war das balancing etwas besser eingefällt ja das balancing fand ich bei dem vorigen update auch besser jetzt so meiner meinung sehr bescheiden ja finde ich halt jetzt auch nicht so vorragend haben wir lieber gleich also noch mal bei den anderen wohnen nee das sind die spinnen wenn wir noch gegengift ja aber wenn die ja zwei also ich habe zwei du hast zwei wenn die jetzt schon so in dem ding müsst ihr auch was sein nein wir hatten gar nichts mehr gemacht noch und doch in dem elixier ding ist ja was wir da haben wir die doch her du pappnase müssen aber noch mal welche drin sein außerdem können wir am sehten ich weiß nicht kommen wir da auch schon oder annehmen ist nur glaube ich lernen ja da brauchst du nicht 50 punkte für ich meine nicht doch und zu bauen musst du 50 punkte haben ja wir brauchen das ja nicht selber bauen wir können ja an wenn wir das erlernt haben und wir kommen jetzt hier runter gehen hier und hast du was ja und dann jetzt ja kraxel und jetzt und jetzt so okay alles cool das hat so ein bisschen auch wenn ich komplett in der wand fahr ja wahrscheinlich hier doch hallo auch da zweimal schon gesagt wir kommen dann wir kommen die mieter kann hier laufen aber es sind coole sachen und du kannst besser springen das sieht geiler aus wenn du springst verbraucht aber auch ganz schön energie wenn du springst ja das ballon singen muss noch mal ein bisschen glaube ich nach wenn ich glaube auch nicht dass diese das auf das ballon singt das im haupt augenmerk bei dem patch war habe ich nichts mehr zu fressen du hast eine liegende hyöne gezogen lag hat so laufen oder so ein bisschen östlich ja so ja so südost so wird bleibt das und dann sind muss man bis zu tun und die für die so vorwunden rennen so ein paar wir müssen so im Auge Ja, bis zur Hälfte, nun höre ich auf zu hören. Stop. Harakiri! Ja, ja. Oh, oh, ein Krokodil, oh ein Krokodil, Entschuldigung, oh ein Krokodil, oh ein Krokodil. Alles tot, alles tot, alles tot. Wie sind die Vernichter? So, jetzt wechsel ich wieder auf mein Steinschwert. Aber das Schwert baut sich langsamer ab. Das Eisenschwert? Jo, auf jeden Fall, uh, die backen ein bisschen. Ja, ich denke mal, ich denke mal, das Balancing, weil die Axt zum Beispiel sich so schnell, ich weiß nicht, ob du da noch eine Spitzhacke, noch eine mit gehärteten Stahl machen kannst. Denke ich mal, irgendwann mal. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Aber wenn die Gegner jetzt, die Tiergegner schon so, aus so weiter Entfernung angreifen, was ist denn dann bei den, bei den NPCs selber, ey? Ich hab doch gesehen, vorher wurden wir nicht so schnell angegriffen. Ja gut, ich war diesmal auch sehr nah an, an dem... Nee, war schon mal. Echt? Hm. Ah, ich weiß nicht mehr. Das heißt, wird lustig, wenn wir dann gegenüber in das eine Dorf gehen und Eisen farmen wollen. Ja. Also ohne Eisenschwert sollten wir das lassen. Ja. Äh, Krokodil. Ah, der hatte ich schon. Ja, deswegen brenn ich mir das weg, sondern auf den Kopf. Aber das mach ich jetzt dann mit dem Steinschwert hier. Zack, zack, zack. Er ist aber schneller. Ja. Ach nein, ich bin schon wieder vorne. Warte, schmeiß ich den weg. Die hier Krokodil ablegen, Krokodilskopf, den brauch ich nicht. Aber ich bin trotzdem noch voll. Warum ich den immer noch voll? Aber ich hab doch 97%. Ach so, wahrscheinlich musst du umso langsamer. Oh, die Pilze kann man sammeln. Ich kann irgendwie gar nichts sammeln, weil ich bin voll. Ich muss Knochen ablegen, so. Cool. Man kann Pilze sammeln. Was kann man damit machen? Wahrscheinlich Gift. Ich kann die gar nicht sammeln. Doch, geh einfach eh. Hast du einfach eh? So, ich dachte, der wird angezeigt. Nein. Nein. So wirst du einfach, das machen die hier nicht. Oh, mal getestet. Das ist cool. Ich hab jetzt weiß ich nicht, wie viele Pilze. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen kann, aber... Das ist ja mal ne fette Male. Habe ich denn die andere gefressen? Die hab ich aber nicht gefressen ablegen. Das andere mal fette. Ich muss mal essen. Dann noch eine. Du kleine, fette Male benutzen. Das noch eine. Aber da krieg ich nicht schäme. Außerdem sind wir jetzt eh gleich daheim. Daheim, daheim, allein, daheim. So, renne ich jetzt durch. Und hab ich jetzt alles gezogen? Äh, Krokodil, hast du gezogen. Danke. Ich renne jetzt einfach durch. Ist ja egal, renne doch jetzt durch. Jetzt sind wir wieder hier zu Hause. Blah heisch. Ja. Und Reptil-Leder. Das brauchen wir nachher irgendwo für, für irgendeine Rüstung brauchen wir das nämlich. Das weiß ich. Oh, ja, ja. Oh, mein Ausdauer ist aber ganz schön. Kann man denn damit... For a very long time, Alchemist ignored the properties of the Puffball-Mashroom. Aha. Also eher so für... Ich tue es mal zu den Elixieren und Kräutern. Tue ich mal meine drei Mushrooms. Ja. Ich hab 15. Hm? Ich hab 15. Achso. So, ab in... An den Ofen. An die Schmelze. So, ich wollte da jetzt mal gucken. Was kann ich denn Kraften? Was kann ich denn Kraften? Ai, 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 ai. Ich hol mal das Eisen raus und tue das direkt in der... Ja, mach das mal. Ich hätte doch... Iste. Ich hatte doch irgendein Upgrade, oder? Ich hatte doch noch einen Upgrade hier. Ich kann auch Stühle machen. Für mehr Komfort. Wir haben 476 Eisen hier drin. Das ist doch gut. Ah, da, Upgrade. Aha. Für ein Upgrade brauche ich 30, äh, hier von diesem, ähm, Manifest of Ziel. Brauche ich da welche? 30 Stück von, äh, 350 Bricks, äh, 60 Shepard Hood, Wood, und Iron Reformed. Für was? Um den verbesserten Tempel hinzukriegen. Äh. Wir haben gerade mal zwölf Manifests of a Seal. Und, äh, Iron Reformed. Ja, ich hab, äh, ich müsste dann mal, das Kreuz, musst du. Weil du brauchst, du musst das Kreuz dann haben, damit kannst du diese Seelendinger rausholen. Ja, da ist doch, hier ist doch noch ein Kreuz drinne. Ja. Dann nehme ich das. Und dann müssen wir Menschen jagen gehen. Ja, das sollte jetzt nicht da oben das Problem sein, glaube ich. Ich mach nochmal zwei Kreuze, weil da musst du nämlich mit dem Kreuz drauf und dann kriegst du diese Flamme. Und daraus machst du doch diese geheiligte Nahrung da. Irgendwie so. Wir haben schon fast eine Runde voll. Was denn? Wie haben wir voll? Bucht du Tacho? Ja, eine Folge haben wir, eine habe ich schon voll, ja. Oh, 20 Fleisch kann man jetzt, denke ich, nicht mehr 10. Nur 10. Achso. Das ist doch cool. Bist du, bist du hinter mir? Nee, ich bin hier gerade, äh, Essen am machen. Achso, ich bin schon bei den Menschen hier oben. Das ist natürlich wirklich blöd. Ah, hier haben wir aber auch noch sechs, äh, auf Ziel. Nimm ich doch mal. Achso, kann ich nicht rausnehmen? Nehmen? Alle nehmen? Ne. Nehmen wir jetzt gerade nicht. Weißt du, diese, diese Münzen, sag ich mal, die du brauchst? Ja, die kannst du noch nicht rausnehmen, erst wenn die kommt. Und die kannst du, glaube ich, nicht rausnehmen. Achso. Ja, auf jeden Fall 30 von den Münzen bräuchte ich. Und wie viel haben wir? Ähm, 10 oder so. Ja. Dann müssen wir hier mal eben, ich glaube, mit dem Ding nachher drauf. So, ich hole aber schon mal mein Eisenschwert raus. Ja, ich hole das auch schon mal raus, weil... Ich meine, wir könnten uns jetzt noch ein paar... Ne, komm. Heute, heute holen wir uns keine, ähm... Keine neuen Sklaven, würde ich sagen. So, liegen lassen. Na ja. Ich schaue dann gleich mit den... Oh, you are the... Was? Covid? Was? Was verstand das? Na, Spawnert. Was? Was mit Spawnert. Ja. Spawnert hier jetzt irgendwas? Besonderes oder was? Ich wusste nicht. Gucken, ob die was drin haben? Ne, lohnt sich nicht. Äh, ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte es sich da nicht lohnen. Ja. Alter. So, ich muss mal... Leider rennen... Ne, ich muss leider rennen gehen. Ich bin zu derbe, äh, gedamaged. Tut mir leid. Das ist nicht schlimm, ich habe ja schon drei Seelen. Ähm, laufen mir da gerade Leute hinterher? Ja. Ja, ich versuche gerade den. Hallo. Au, 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 der, ähm... Schütze da hinten, der damaget mich gut. Äh, da ist ein, ein Scharfschütze. Also so. Ja, danke, da tut ich dich um den Kümmerst. Was machst du denn bei mir? Ich seh den nicht. Wo ist denn der? Ja, irgendwo im Lager. Auf jeden Fall hat er voll auf mich geschossen. Sehr böse. Da. Ach, der da. Ich seh ihn gerade. Der geht jetzt gerade wieder zurück. Ich versuche den jetzt. Sacktot. Ich hätte jetzt nur nicht so schnell gelesen, was da genau stand jetzt gerade. Was, was irgendwann mit Spawnt. Was spawnt denn hier? Aber wenn ich die alle töte, Spawnt nix mehr? Oder, oder was sollte das heißen? Oder zerstöre ich ja alles Spawnt nix mehr? Wir wollen ja nicht alles zerstören. Außerdem hab ich mit dem Video schon alles zerstört. Weiß es nicht, wie es mittlerweile ist. Warum? Aua, ey, warum zerstörst du das denn? Das war dein Tempel, ne? Ich hoffe, äh, jetzt spawnen die noch, ne? Wir ja nicht. Ja, wenn, ist eh nicht schlimm, weil die sind viel zu lasch. Ja, macht ja nichts für so mal eben, äh, Dings, äh, Haut holen und so weiter. Äh, äh, beziehungsweise für den Tempel. Außerdem war da ein Typ zwischen, deswegen hab ich da, war nicht wegen dem Tempel, sondern es war wegen dem Typen. Ja, sonst schick ich dich, siehst du da hinten, da leuchtet, ne? Da muss er sonst hin, da gleich. Das ist da oben auf dem Berg. Kannst du ja nämlich mal gucken, was die da haben. Die war selber. Ne. Ja, mehr haben die eh nicht. So viel haben die gar nicht. So, hier, 14, ne, 14 haben wir davon. Gut, und ich mach jetzt noch was hier rein. Von diesen, wie heißt das? Mädchen auf Ziel. Ja. Meditieren. Und ich stell jetzt hier gleich uns nochmal her. Dann können wir den nämlich, äh, ähm, upgraden nachher. Oh, ich hab nur noch, ich bin fast nackig, ich hab nur noch meinen Kopf auf. Also, es geht wieder total schnell weg. Ja, aber hallo. Ich hab meine Schuhe. Ey, guck mal, ich bin nicht mehr nackt. Ich hab was am Kopf und an der Füße. Das ist wichtig. Für fünf Stück stell ich von diesen Dingern gerade her. Was mich immer noch stört, man kann nicht schlafen. Ja. 16 haben wir schon. Hm. 17. 18, 19. 19 von den Dingern haben wir gleich. Ja, ist ja schon mal ein Anfang, soll ich mal. Achso, ii. Ich bin manchmal doof, äh. Manchmal bin ich von doof, äh. Äh. Was hat man denn mit Kiel in Haut, wo kam, haben wir die hingetan, einfach irgendwo in ein Lager hier rein, oder was? Hier in die Werkbank, oder was? Da heißt er gar nicht mehr, Werkbank. Achso, sorry, hier in der Woodenbox, ich hatte was getrunken, und hatte, äh. Woodenbox? Ja, hier ist eine Woodenbox. Achso. Ne, ich hab so jetzt hier in die Werkbank gelegt. Na, ist ja egal. Irgend. Na, irgendwas, was können wir denn? Wir könnten uns ja eigentlich schon fast Stahlausrüstung machen, oder sowas, ne. Alter. Da muss er aber bei... Üben, du hast diese... Ich kann übrigens, äh, auch schon, kannst du die auch, diese Streitachs machen, diese zwei Doppelige? Ja. Achso, okay. Gar nicht. Aber hier für Stahl, da brauchen wir, müssten wir das hier in der Rüstungsbank rein. Da brauchen wir, ja, 30 Iron Bar und Leather. Was sagst du? 13. 13 Leder, gehabtes Leder. Warte. Pack das mal eben rein, ich weiß ja jetzt, was wir brauchen schon mal. Warte, wofür denn? Ja, um die Eisenrüstung. Achso. 13 Leder. Ich hole mehr Eisen. Ich pack da einfach ein Hunderter Stack hin. Guck mal, wir haben ja über 400. Wir brauchen aber dieses gegerbte Leder nochmal. Gegerbtes Leder kann ich eben herstellen, das ist kein Thema. Das wäre ganz gut. 11 Leder hat die Hälfte, also 11 Fälle habe ich noch. Oder wie hier steht in der Kiste müsste auch nichts sein. Aber, wir haben keine Rinde mehr. Ähm, doch, in der ersten Kiste. Müsste was Rinde sein. 87. Geht ja, kann man ja mal machen. So, ist an. Barbe. Dafür brauchen wir nämlich hier dieses Medium Chest Parry. Ja, sehe ich auch so. Weil ein Medium für das Medium Harness. So, aber noch ein Chest Parry. Dann brauche ich aber noch, äh, fahre. Tun wir auch mal eben rein. Bach. Eins nur herstellen. Wolltest du das Medium Harness haben? Ja, pass auf. Dann fertig. Ja, mach mal. Eins ist schon fertig. Ich bin gerade noch Rinde am Sammeln. Das zweite ist in der Mache. Oh, warte, dann ziehe ich da. Keine noch. Oh, ach. Ich hab... Ich hab jetzt was... Anderes an. Das aus. Ich will... Spolen. Kann ich mich von vorne sehen? Ja, kann man auch. Aber wie? Dreh dich doch einfach. Mach ich doch. Geht nicht. Wandert nochmal. Und dein Harness ist auch fertig. Mal sehen wir, wie man sich von vorne sah. Dein Medium Harness ist fertig. Kannst du dir da rausholen. Ja, ich... Sag mal, wie oft denn jetzt noch? Dass ich Sachen extra am Sammeln war. Meine Güte. Äh, sechs. Medium Harness, die Hose ist noch nicht, ne? Ne, ne, die Katze noch nicht. War jetzt nur das Harness, ne? Genau. Naja, geht. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Aber es sollte mehr bringen. Guck mal, hier. Jetzt kannst du gucken. Äh, naja, sieht ein bisschen doof aus. Ich hab'n Busch an ne... Naja. Nen Busch an ne Musch. Wo bist'n du? Äh, ich liege hier. Ich entspann' gerade. Wo liegst du? Bei uns im Lager. Schön, denn? Was ist du? Hä? Jetzt nicht mehr. Wo bist du? Jetzt hier. Hinter dir, du Pappkopf, äh, mittlerweile. Cool, jetzt sag ich mal. Ich dreh dich mal. Buschi, dreh dich. So, jetzt, äh, hab ich keinen Bock mehr. So, hast du davon. Das wohl so schlecht sieht das gar nicht aus. Ha, ha, ha. Irgendwie doof, wenn ich dann drehen kann's. Sieht aber cool aus. Ich hab' nur mal ein bisschen Rinde besucht, auch noch mal. Und zwar mal ein bisschen Leder, weil du brauchst ja immer mehr Leder mittlerweile. Hier ist Leder populärer. Aber irgendwie, ja, ist die Einstellung auch ein bisschen blöd mittlerweile. Okay, könnt ihr jetzt rausmachen hier, so, zack. Ne, ich hab' wieder nochmal Phil rein. Fell, tust du da rein? Achso, ja, klar. Auf den schießt'n der? Achso, auf die Kleinen hier wahrscheinlich wieder. Immer oben gucken, ich kletter' aber diesmal hoch. Huh, ah. Alter, hab' ich mir erschreckt. Wie sie das bohren. Äh, die sind wieder da. Ja, aber ich zieh' meine Haaren erst aus. Ich find' äh... Das fällt das ja mehr aus. Ja, aber ich wollte jetzt nicht direkt, ähm... Oh, hier sind auch noch sechs Münzen. Soll ich doch den schon direkt verschleißen? Ja gut, lass' ich doch mal los. Aber wie kann man die Münzen mitnehmen? Die kannst du doch nicht rausnehmen. Weil hier sind auch noch sechs Münzen. Ja, hab' ich doch gesagt vorhin schon. Boah, gut, dass du zuhörst, äh. Meine Werte. So dumm zum... Ja. Aber die brauchst du doch zum... Aber die werden bestimmt zusammengerechnet, oder? So, könnte man ja fast gleich rüber gehen. Äh, falsch. Ähm, hast du mal auf die Zeit geachtet? Ich guck' die ganze Zeit auf die Zeit, ja. Ähm, eine Stunde schon. Nee, aber noch nicht. Weil das andere hab' ich für 35 Minuten. Laufen. Hm. Hattest du mehr Kohle gesammelt gehabt? Bei guter Zeit, das weiß ich. Also nicht. So. Zwar heute noch nicht so viel passiert, aber... Man könnte jetzt noch mal ein bisschen, äh... Rinde. Rinde, oh Winde. Obst du der Hintern ist frei? Haha. Irgendjemand stöhnt hier sehr. Ich bin's auf jeden Fall nicht. Möchtest du ein Schild haben? Nö, ich kann mit Schildern, Junge. Ich bin echt nicht der Schildkämpfer. Ich finde die Drop-Chance ist auch ein bisschen runtergegangen, wenn du mit der Eisen, ähm, Spitzhacke da auf Bäume kletters, äh, äh, haus für, ähm, für Rinde. So, keine Ahnung. Oh, und, äh, meine Rinde, äh, meine Eisen-Spitzhacke ist gerade kaputt gegangen. Hab ich noch nicht getestet. Meine Eisen-Spitzhacke ist kaputt. Ich kann sie auch nicht reparieren. Naja, doch, plus drei, das ist geblieben. Ja. Ja. Also ich finde es heute nicht so hart. Doch. Achso. Wenn man die Knöpfe durch Zufall wieder gedrückt hat, zack, ja, yes, yes, yes. So macht man das hier. So geht das, mein Freund. Hier. Fette Made. Made im Speck. Ah, hier, reif mich an, die Rixer, oder? Ich hoffe, dass die das jetzt bald mal ein bisschen nochmal optimieren. Ja, ich würde da ein bisschen nachfixen. Ich würde die Karte gerne wieder benutzen, auch. Das sind aber auch so schöne Sachen, äh. Ja, ich würde auch gerne bitte das mit dem Bauern benutzen, oder nicht? Oder Pick-up. Das ist ein anderer Mod. Eher trotzdem. Das wäre mir jetzt aber nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Äh, ich finde das schon... ...ein bisschen. Wichtiger finde ich es eher, ähm... ...eben dann halt... ...ein alles einfach gemacht wird. Ja, das ist eh. Aber wichtiger fände ich eben halt die Map, äh... Das auch. Aber ich hätte das schon gerne, damit ich mal endlich den Zaun... Aber jetzt ist die Frage, liegt es denn rein nur an der Mod, oder ist es... ...doch irgendwo die Mod-API, die, äh, dann eben halt vom Entwickler... ...ja, gemacht werden müsste, mü-mü-mü-ste. Ach, das ist halt die Frage, ne? Das ist natürlich die Frage, ja. Ich will mein Schild ausprobieren. Finde ich absolut ein Quatsch. Was? Bilder. Nee, eigentlich nicht, du kannst ja nicht blocken. Ja. Doch, doch, das bringt schon was. Achso, mehr Album-Buffer erforderlich. Hier habe ich natürlich nicht dabei. Nö. Ich würde gerne schon mal anfangen, groß zu bauen. Machst du so das... ...Areal ein bisschen erweitern? Mö-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü. Nö, die Mauern ein bisschen erweitern, hast du, was ich meine? Ja, ja, ja. Dafür brauche ich... ...Wie Stein. Mal das mal. Was macht man denn mit Thea? Keine Ahnung. Irgendwas kann man damit machen. Warum auf jeden Fall. Das ist eigentlich sogar wichtig. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Dann crafte ich doch mal gerne. Dass wir dann hier oben so den Ausgang haben, wo wir nach oben laufen immer. Ja. Dann crafte ich doch gleich nochmal eine Truhe und dann hauen wir den Teer direkt da rein. Oh, ich habe zwei eigene Iron Stone gefunden. Ja. Ist ja nicht unbedingt das Schlechteste. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Behaupte ich jetzt mal. Ist ja zu schwer, super. Mal eben gucken... Nichts zu schwer, du bist zu... Fett. Hm. Was? Du bist... Ah, dafür bräuch ich Holz. ...einen Tag zu fett, liebe Faye. Du bist zu fett, liebe Faye. Entschuldigung. Was ist denn? Achso. Da. Ich muss eben gucken, was ich nochmal bauen muss, wie ich das gebaut habe. Unten war das Fundament, oben sind die Zäune. Ja, genau. So. Äh... Wo ist denn die Kiste? Ach, da ist die Kiste. Ja. Ich möchte das so ein Torbogen... Liebe Faye, ich mache hier neben... Direkt eine Kiste, dann können wir den Teer-Gedön ziemlich reinschmeißen. So. Ja. Dann haben wir das auch. Wann sind wir das einfach mal los? So, Elixiere, da tue ich die... Achso, da haben wir noch. Ähm... Fünf Elixiere, so sieben Elixiere. Ich habe die Elixiere gegen Vergiftung erstmal wieder zurück in die Truhe getan. Die muss ich ja die ganze Zeit bei mir rumschleppen. Schli-schla-schleppi. Alter, was machst du denn? Ich bin aus Versehen dagegen gekommen. Ja, habe ich gehört. Können die das wieder auf Deutsch machen? Läuft... Looping-Store... Ja, wahrscheinlich auch. Dächer... Das kommt doch bestimmt. Da braucht man Fasern... Freunde! Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es denn heißt, äh... Ja. Die Barbaren sind los. Hier mit der Fähne. Kann ich ja machen. Was? Was? Dächer machen. Ja, schön. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für´s Zuschauen und wir sehen uns dann. Tschüss! Tschüss.